Vier ist dabei, Vier ist wieder dabei, das ist ja schön. So ist er mit dem Winsheimer und Moritz, den Ball hochhalten vom Training. So gut, muss man sehen wie das läuft. Ich bin mal gespannt auf den Riesen. Da kommen auch wieder welche, da kommen welche. Das sieht der nach Eckdal aus. Eckdal ist schon weg, Eckdal. Bist du sicher? Ja, was denkst du denn? Ich bin mir nicht sicher. La Croix, jetzt kommt La Croix. La Croix. Aber auf jeden Fall fällt er auf, der Lange. Wobei, das ist Tobias Knost. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen Fuß aussehen kann. Lange sind sie ja alle. Mitten in der Mitte. Moin. Erinnert mich so ein bisschen an Jerome Boateng. Ja, aber nur von außen. Und Mangala kommt mit Janicic, oder? Wo ist der Mangala? Da habe ich gute Augen, oder? Wo ist der Mangala? Wollen wir gucken, wo ist der Mangala? So ist er. Aber wir haben die anderen, die kannst du gut erkennen, die Rothaugen. Der Rothaugen, den kennen wir ja auch, ne? So ist er. So Mangala, wo ist er Mangala? Er steht rechts neben La Croix. Wie bewegt er sich gerade? Ich habe keine Ahnung, Jungs. Hier müsste ich da selber raussuchen. Der Ray sein, der da hier ist. Nein, das ist ja nicht. Der Ray hat das hier mit dem Bünder. Ne, das ist Moritz da, der Kleine. Aber ist egal, die Jungs machen sich fertig. Auf jeden Fall haben wir einen Funkturm, ne? Vielleicht kann er ja auch noch Fußball spielen. Vielleicht kann er ja auch noch Fußball spielen. So ist er. Ja, ja, ja. Aber wie ist das der andere, ne? Und noch so? Faaah! So, ja. So, ja.